Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei eurem absoluten Lieblingskochkanal. Heute haben wir eine kleine Sonderausgabe. Wir nennen es Drei Affen kochen. Ihr kennt sicherlich die Drei Affen. Einer hört nix, einer sieht nix, einer darf nicht reden. Genau das ist das, was wir heute machen. Paul, derjenige, der nichts sieht, hatte gerade 15 Minuten Zeit. Das ist nicht wahr, ich hatte sieben Minuten. Hatte gerade zehn Minuten Zeit, ein Rezept auswendig zu lernen. Ist derjenige, der mir sagt, was wir tun. Flo allerdings hört nix. Und das ist insofern problematisch, weil er nicht hört, was Paul sagt. Deswegen bin ich da als derjenige, der nicht reden darf. Aber ich kann Pantomime benutzen. Das heißt, ich werde Flo, der ja nix hört, zeigen, was er machen muss. Dafür starten wir gleich gemeinsam noch eine Playlist, die ich mir dann schön laut auch auf die Ohren zimmere. Die ist auch in der Beschreibung verlinkt. Also für alle, die zuschauen und diese Playlist miterleben wollen, könnt ihr unten in der Beschreibung euch die Playlist gönnen und auf den Countdown mit Flo zusammen starten. Ja, so ist es. Also, auch für alle, die live dabei sind, ausruft Zeichen Spotify. Ich zähle jetzt gleich runter. Ich war nicht auf Toilette. Äh, nee, von zehn. Ich zähle von zehn runter, weil dann habt ihr mit dem Versatz genug Zeit, die Playlist parallel zu starten. Du hörst mich? Ich mach zehn? Ja, ja, alles gut. Okay, du hast ja noch... Okay, dann zähle ich runter und bei eins, dann klickt ihr Play. Also, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Play. Musik läuft. Okay. Und damit starten wir in das fantastische Affenkochen. Flo hat auf jeden Fall schon Musik auf dem Horn. Spaß. Es ist direkt mal Never Gonna Give You Up. Feier absolut alles daran. Sehr, sehr geil. Pass auf, Freunde. Diese Playlist wurde erstellt von unseren Mods. Okay. Und ich habe das Gefühl, sie wollten uns ärgern. Okay, Paul. Ja, Olli, pass auf. Erstmal muss ich Flo schon mal hier hinstellen. Ja. So, hier ist dein Arbeitsplatz. Soll ich hier arbeiten oder mich kurz hier hinstellen? Alter, er prüft. Okay. Ja. Danke. Ja, du bist da. Paul. Pass auf. Stell dich gerne mal hier hin, weil da ist die Kamera. Hier, hier ist deine Station. Okay. Hier bist du. Okay. Vor dir sind nämlich auch die Zutaten. Paul, was machen wir als erstes? Pass auf. Ich darf ab jetzt nicht mehr reden. Aber ich muss kurz was mit dir besprechen. Das heißt, du gibst mir obendrauf für, nee, du weißt es ja einfach. Du kannst es selber entscheiden. Pass auf, das gesamte Rezept ist so, man muss, äh. Ich habe vergessen, wie gut dieser Song ist, ey. Man muss so Hackbällchen machen und die muss man braten und dann wieder rein, raus, Pfanne und so weiter und so fort. Es gibt als Beilage Reis. Reis dauert 20 bis 30 Minuten, stand zumindest in dem Rezept im Topf. Ich glaube, damit kann man einfach anfangen, weil ich glaube, wir brauchen nicht länger. Oder siehst du, falls du das anders siehst, weißt du jetzt, hast du jetzt schon mal die Info, 20 bis 30 Minuten Reis parallel kochen. Ansonsten ist es, erst, gibst du schon, weil, okay, ich weiß, egal. Also es geht los mit 500 Gramm Rinderhack nehmen, das mit einem anderthalb, ich versuche Was könnte ich denn brauchen? Anderthalb, anderthalb Teelöffel Salz, einem Teelöffel Pfeffer, ein bisschen Paprikapulver. Okay, ich mache Pause, ja. Ich mache eine Pause. Okay, ich vergesse gleich wieder irgendwas. Hackfleisch. Alles wahrscheinlich, was wir haben. 100 Gramm. Okay. Hackfleisch. Irgendwo rein. Achso, zum Kneten, ja. Warte. Schüssel. Wie er brüllt. Also, du hast es dir schon gemerkt, die ersten Schritte? Kann ich weitermachen? Oder soll ich mir ein bisschen Zeit lassen? Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Okay. Alles klar. Ey, Freunde, ich hoffe, euch da draußen geht es richtig gut. Ja. Er muss jetzt nämlich... Melken, Milch. Hackfleisch. Sahne. Nein, um Gottes Willen, ich habe richtig Angst. Hackfleisch melken. Ich habe richtig Angst. Er soll einfach nur das Hackfleisch bitte... Also ja. Rinderhack. Er soll es nur kneten. Von der Kuh. Okay. Achso. Und nun? Habe ich jetzt. Da soll anderthalb Teelöffel Salz ran. Pfeffer. Nee. Nicht Salz. Okay. Äh. Hatten wir mal. Ah ja. Sehr gut. Okay. Eine Prise. Bisschen. Salzen halt. Ja. Anderthalb Teelöffel. Ja. Okay. Ein Teelöffel Pfeffer. Einmal einen Daumen. Eine Fingerspitze. Einen Löffel. Einen Daumen. Okay. Ja. Ein Teelöffel Pfeffer dann. Nachdem er mit dem Salz fertig ist. Also ich nehme jetzt einfach mal... Uh. Was für ein... Ah. Was für ein guter Song. Ähm. Also ich habe hier einen Teelöffel. Mit dem mache ich jetzt was. Warum brüllt er denn so? Ja. Einen Teelöffel Salz. Anderthalb. Einen. Daumen. Hä? Eine Fingerspitze. Zwei. Zwei Teelöffel Salz. Ja. Ja. Was soll ich denn mit dem Daumen machen? Was soll ich denn mit dem Daumen machen? Mehr Salz kann doch nur besser sein. Okay. Guck mal. Ich treffe ja die meiste Zeit nicht. Das sind jetzt ungefähr insgesamt zwei... Einen Teelöffel Pfeffer bitte. Ja. Zweimal Salz. Mach mal damit das jetzt... Mach das damit das jetzt passt mal 1,25 Teelöffel. Ich finde dafür, dass wir bis jetzt nur das Salzen erledigt haben, sind wir echt nicht so weit gekommen. Okay, nach dem Pfeffer brauchst du schon das nächste ein bisschen Paprika... Ne, mach mal den Pfeffer jetzt. Mehr. Ne, nicht mehr. Mehr Salz. Jetzt Pfeffer. Ah ja. Naja, gut. Hackfleischwürzen, das hatten wir ja schon. Einen Daumen, Alter. Fick dich mit dem Daumen. Einen Daumennagel oder was? Was soll denn das? Sag mal, ich muss da noch ein anderes Wort als Daumen geben für das, was du von mir willst. Einen Finger. Oh Gott, ich sterbe. Eins. Ein. Fingerglied. Jetzt lass ihn. Mach ihn. Zweimal ein Fingerglied. Mach ihn. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du von mir willst. Ich spitze vom Lachen. Jetzt nur mal für dich zum Vergleich. Was du mir zeigst, ist das. Das ist entweder ein Tampon von Michael Mittermeier oder ein verfickter Daumen. Ja, stimmt. Das war ein gutes Bit. Christoph Daumen soll Koks da rein. Ne, lass jetzt. Was willst du von mir? Mach jetzt noch Pfeffer ran. Olli, lass ihn jetzt Pfeffer ran machen. So, einen Daumen, einen Daumennagel Pfeffer. Hammer. Pass auf, jetzt wird es spannend. Es soll Paprikapulver noch ran und Knoblauchpulver. Einfach ein bisschen. Okay. Da stand keine Mengenangaben. Ich soll was reinkippen, ja. Weißt du was? Ich glaube, sag ihm einfach Alarmstufe rauf. Ah, okay. Okay. I see. Knoblauch wahrscheinlich, weil, ja. Eine Prise? Na gut. Gut, gut, gut. Prise ist gut. Also, aber schon auch ein Gewürz, jetzt nix, nix frisch. Ne, ne, das kommt später. Naja, ich kann, weil hier ist halt Knoblauch. Ja, der kommt später. So. Soll ich den nehmen oder soll ich was zum Schütten? Weil du hast ja gesagt, ich soll was schütten. Es soll tatsächlich Pulver ran, obwohl die Knoblauchpulver echt eklig sind. Steht hier nicht. Ich bin da auch. Ey, wollt mich verarschen mit der Musik, oder? Pass auf, dass du nicht das Rezept siehst. Oh Gott, ich kann mich sehen. Alter, das brät mein Gehirn grad. Du bist mein kleiner, süßer Schnuffel. Du bist mein kleiner, süßer Stern. Alter. Knoblauch, hab ich. Guck mal. Ein bisschen. Ich fang jetzt auch schon ein Pantomime an. Es brät mein Gehirn. Ich möchte bitte sterben. Okay, hab ich. Okay, und Paprikapulver auch. Was jetzt? Mehr. Nee, nächste. Edelsüß. Oh Gott, ich kann mich nicht konzentrieren bei dem Song. Mh, lecker. Gut für den Bauch. Kann auch geräuchert sein, ist vollkommen egal. Kann auch ein bisschen Alarmstufe Rauch sein. Ist gut für den... Ist gesund. Mach... Finden wir beide sehr gut. Ah ja. Alarmstufe Rauch. Ja, unser eigenes Gewürz. Dann gebe ich davon auch noch was dazu. Mh, finden wir das beide gut. Senf. Ja. Haben wir. Hab ich keine Mengenangabe, Olli. Einfach ein bisschen nach Gefühl. So dass es... Ist es was Bitteres? Ach so, ich darf da gucken. Ah ja, dann Senf. Macht Sinn. Okay. Ich glaube, du darfst nicht auf Sachen zeigen, um es mir selber ein bisschen schwerer zu machen. Aber prinzipiell, ja. Nicht zu viel, ne? Dass man so noch gut vermengen kann, Alter. Okay. Ich nehme jetzt Senf. Mach mal einen Löffel. Ungefähr die Menge Senf, die ich für die Menge Hackfleisch sonst nehmen würde. Das ist, glaube ich, richtig gut. Okay, fertig. Dann muss er 13 gleich große Bällchen daraus formen, das steht im Rezept. Also da steht 12 bis 14 und wir nehmen 13. Ich bin gespannt. Deine Bewegungen in meinem periferen Sichtfeld passen absurd gut zu dem Song grad. Das macht mich fertig. Also jetzt kneten. Okay. Aber sag ihm, wie viele Bällchen er machen muss. Ist mein kleiner süßer Schnuffel. Kocht der Reis schon. 30 Minuten braucht der Reis. Denk daran. Danke an die Mods für diese wundervolle Playlist. Aber das habe ich am Anfang gesagt. Oh Gott, ist das euer perfekter Ernst? Den scheiß Crazy Frog? Er soll mal Reis kochen. Also wenn er fertig ist mit Bällchen machen. Das passt schon. Ja, Bällchen. Ein Bällchen mal 10 mal 3. Nein, was? Kleine. Wie viele? 10. 13. Ah, sehr gut. Sehr gut, Olli. 13? Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich so energisch werde. Ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Bei dem Song seht ihr auch die ganze Zeit diesen kleinen Froschpenis eigentlich bei diesem Lied? Ich seh den immer. Olli, kannst du mir einen Teller rausheben? Das ist nett. Da fehlen Ei und nisch dran, ey. Wat zur Hölle? Bällchen oder eine andere Form? Das ist absurd laut. Nee, Bällchen ist schon richtig. Ist für Crazy Frog auch zu laut, bin ich ehrlich. Bällchen. Bällchen ist richtig. 13 Stück bitte. Ich krieg den 13 Bällchen da raus. Jetzt müssen wir halt warten. Dauert kurz. Ich weiß nicht, kannst du ihm helfen? Du könntest schon mal eine Pfanne aufrauf holen. Ach, der ist nervige Scheiße, Alter. Oder wenn du ihm nicht helfen darfst, musst du das selber machen. Und dieser Frosch sein Maul halten würde. Ich würd gern was trinken. Der Song ist eigentlich gut. Ein Glas Wasser würdest du schon tun, ja. Du musst die ganze Zeit aber an diese absolut legendären Zwei-Crazy-Frog-Kinder denken, Alter. Das sind echte Helden. Der muss vor allen Dingen brüllen die ganze Zeit. Ah, dankeschön. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Der erste war zu groß, den muss ich nochmal korrigieren. Guck mir nicht so verachtenswert an. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Rolle. Boah, mein Gehirn schmilzt. Mir ist nur unglaublich warm. Ich musste sehr viel lachen am Anfang. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ding-ding. Ich... Ah, nee, das geht für ja nicht, ne. Okay. Wie viel Geld müssten wir ausgeben, um... Ich hab mir die Playlist ja nicht eingeschaut. Relativ trockene Angelegenheit so ganz ohne irgendwie Ei oder irgendwas. Um alle Rechte dieser Playlist zu kaufen. Was haben wir denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist glaube ich zu teuer. 8, 9, 7. Vielleicht, wenn wir ein Jamba Sparabo hätten. Wir wären 11. Nee, wir wollen 13. Das wäre jetzt egal, ob wir 11 oder 13 sind. Gut, dann sind es nur 11. Das Team kriegt keine. Das Team kriegt keine. Ja ne, mach ich 13 Alles gut Kenn ich nischt Ja, ist besser, ist das Alter, hab ich den Song lange nicht gehört Ja, dachte ich mir auch gerade Kann man auch sofort mitgrooven, wenn er ihn anstimmt Dann bin ich aber wieder Lass ihn danach bitte Reis kochen Wenn er damit fertig ist Zwölf, okay, warte Allen Reis Von dem hier ein bisschen was weg Von dem hier ein bisschen was weg Von dem hier ein bisschen was weg Aber er soll darauf achten, dass trotzdem Dass was runtergefallen ist dazu Die stabil sind Warum ist er denn eklig? Von dem hier So Ich hab auch bei dem Song echt viel zu spät Mitgerallt, dass es ums Bumsen geht Fand auch krass, dass sie den damals auf jeder Kinderdisco gespielt haben Und ich schwör, haben sie Ja, ist schon Okay, ich kann wieder Also er soll jetzt Reis kochen Okay, 13 Bällchen Jetzt soll er Reis kochen Ja 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 Eine Rüttelplatte, um einen Gehweg zu begradigen Ein Schneidbrett, ein großes Ein Pizzastein Eine relativ große Box Einen großen Topf Einen Wok Einen großen Topf Ich muss mir kurz die Hände waschen Ah ja, ich weiß Kannst du irgendwie auf Chung verweisen? Wenn sie singt I wanna double boom In der dritten Strophe Redet sie schon von einem Dreier, oder? Ja, okay Sie redet von Double Penetration, ja War das jetzt Teil meiner Aufgabe Oder war das jetzt Die Antwort auf meine Frage? So, großer Topf Ganz doll großer Topf Oder normal großer Topf? Gut Wasser Okay Wasser rein Reis kochen Ich weiß gar nicht, was für ein Reis hier ist Doch Wo ist denn hier Reis? Ich hab, warte kurz Ich hab zwei Gedanken dazu Der erste ist Du hast gesagt Wir brauchen keinen Wok Dann ist es schlimm Was ich jetzt sage Weil dann brauchen wir Reis Hast du gut gemacht Glaube ich Das ist nicht in Ordnung Oh Gott Ich sterbe Ich habe Reis Okay Okay, der ist nicht hier Reis Er hat Reis Gut Gut Koch Olli Ich brauche mehr Wasser Bitte My Ding Ding Dong You touch my Tralala Er weiß nicht wie viel Reis Der geht alles Einfach Reis Einfach Reis Ich wüsste doch wohl nicht Gut Ich mach jetzt Reis Mann, wir sind hier Eins, zwei, drei, sechs, sieben Leute Dann mach doch Reis Ne, alles ist viel zu viel Ne, alles ist viel zu viel Lalalala Lalalala Wie viel ist das Glas denn? Warum ist das so voll? Ich wasche den jetzt so nicht, oder? Okay Wie viel mach ich denn? Wusstest du eigentlich, dass hier Das hier dran steht, wie viel Reis es jeweils ist? Für sieben Personen Sind immer 125 Gramm Sieben Personen Sieben Langhaarige Friseurinnen Sieben Leute Ja Okay Mann, meine Hand ist so nass Also ungefähr 350 Gramm Reis Ja Ach, was soll's Ja, Olli hat Hunger So Onkel-Roger-Methode Mhm Ja, Reis halt, Olli Das kriegt er hin, glaube ich Also da muss man jetzt nicht spezifischer werden, oder? Jetzt kannst du nochmal mit deinem Scheiß-Finger ankommen Bisschen noch Freunde, immer wieder, ne, wichtig Ungefähr ein Fingerglied Das Wasser höher als der Reis im Topf Dann passt das Okay Wenn der Wenn er damit angefangen hat Olli Dann braucht er sofort eine Pfanne Olli Okay Sag, stopp Stopp, bitte Ja Also Wenn er Wenn der Das auf die Erdplatte gemacht hat Und es losgeht Ja Dann Soll er sich eine Pfanne holen Öl rein Einmal heiß Und die Bällchen Von allen Seiten Achso, warte Reis kochen oder noch nicht kochen? Kochen Dauert doch Im Rezept steht 20 bis 30 Minuten Soll der Reis brauchen Wenn das stimmt, haben wir genug Zeit Eine Pfanne Groß? Ja, 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 ja Groß, groß ist gut Paul, Achtung Lass dich mal kurz von Olli da wegführen Ich muss hier mal an eine große Pfanne Nehmen wir die Ich höre ja zum Glück Muss diese Pfanne nochmal mit einem Deckel oder so Abgeschlossen werden zwischendurch? Nee, die muss nicht abgeschlossen werden Nein Ich habe schon wieder alles vergessen Einmal den Reis kurz aufkochen lassen, Freunde Wenn das geschehen ist Bitte sagt nur Zeit Öl Obwohl ich das Schwachste nicht finde Man könnte noch viel mehr vorbereiten eigentlich Man kann ja eigene Interpretation machen Aber Flo ist schnell im Schneiden Das ist schon okay Von allen Seiten sollen die schön angebraten werden Also dass die Jetzt stellen wir die Intensität der Temperatur runter und bedeckeln das Ganze Olli, du musst ihm vermitteln Die sollten schon ziemlich durch sein Weil die kommen erst am Ende wieder rein in die Pfanne Wenn die ganze Soße drin ist Also jetzt einmal anbraten, fertig machen und dann raus Ja, die Bällchen da rein In eine Pfanne mit Öl Durchbraten Schuss Öl Two Shots of Vodka Wenn er beim Durchbraten sich zutraut Knoblauch und Zwiebeln zu schälen und zu würfeln Und Möhr Ne, fang mal mit den Möhren an Möhren zu schälen Äh, der Länge nach zu vierteln Und dann in kleine Stifte schneiden Come on Barbie, let's go party Verstanden? Also Die Möhren müssen geschält werden Dann gefüttelt Und dann in kleine Stifte Also gestiftelt Gut Machen wir Sag mal, haben wir in der Zeit irgendwas vorzubereiten oder so? Ja, das soll er während der Zeit machen Also er braucht Knoblauch, Zwiebeln und Möhren Mit der Vorhaut macht man heute anders, Olli Ja, okay Du meinst die Möhre Sehr gut Ja, machen wir gleich Schälen Halb Der Länge nach, ne? Würfeln Längs Längs schneiden Und dann einmal quer Stifteln So stand's im Rezept Da stand Stifteln So stifteln Ja Stifteln Hm Geil Sehr gut gemacht, Olli Ich bin Ich glaube, ich bin sehr stolz auf dich Also ich meine, ich bin sehr stolz auf dich Leg mal trotzdem schon mal hier Die Meatballs rein Ist doch gut Witzige ist, dass wir von meiner Vorstellung Irgendwie Spaghetti Meatballs zu machen Jetzt echt weit weg sind Wir sagen auch nicht, wie das Rezept heißt Er soll, wenn er das mit den Möhren weiß Muss er auch Die Zwiebeln So, machen wir die mal nicht zuheißen Damit wir das hier irgendwie noch im Griff haben Und Knoblauch schälen Und Würfel Karotten hier rumhantieren müssen Okay, hast du Äh, Schäler Schäler Hier Oh, nur der Fiese Aber Das kommt drauf an, wie schneller er ist Wie viele Karotten denn? Mach mal, äh, die Wenn die drei, die da sind Da waren, glaube ich, drei Alle Das ist vielleicht ein bisschen viel Obwohl Das ist auch ein bisschen viel, oder? Einmal kurz nach Chilis Ein Apfel Knoblauch Ah Knoblauchzehe Ja, mach mal Drei Viel Knoblauchapfel Ja, ich sehe, dass du dir etwas Großes Ungefähr faustgroß In den Mund steckst Das mach ich Klein Das schäle ich Mach Würfel Und es handelt sich nicht um Knoblauch Ne Zwiebel, danke Das mit dem Heulen hat geholfen Ich Und er soll sich ein bisschen beeilen Was ist das? Olli, sag ihm mal Er soll sich ein bisschen beeilen Was ist das? Oh Gott Was passiert? Oh nein, das ist so ein Memes-Skid, Alter Ich raste aus Ich höre übrigens auch die Pfannen und so nicht, ne? Kannst du ihn darauf hinweisen, wenn irgendwas in der Pfanne anbredt, Olli? Weißt du? Gadi! Sehr gut Okay So Ich drehe mal hier kurz Und dann mache ich irgendwann mal weiter Arm, 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 arm Ja, das brauchen wir ganz am Ende Alter Wann kam das nochmal? Wann kam das nochmal? Fuck So, dann sind die auch erstmal stabil Dann können wir ab der nächsten Runde können wir die einfach nur noch drehen Also in der, ohne Zange So Moment Moment Machen wir mal später So, er soll jetzt mal hier die ganzen, das Gemüse vorbereiten Also drei Knoblauchzehen Schneller machen Ja Die Zwiebel schneiden, würfeln und die Karotten hier stifteln Lass ihn mal nur Erstmal stifteln wir jetzt Lass ihn mal nur eine Karotte machen Das dauert mir alles zu lange Hat er die anderen schon geschäht? Wahrscheinlich So, wir haben irgendwo einmal ein Messer Achtung Ach, er soll einfach durchziehen Ein Fibi-Messer, ist es nicht schön Einfach schnell machen Grüße gehen raus an Freddy Danke fürs Zuschicken Guck mal bei Fibi.gg Geiles, geiles Küchenzeug Was soll mit der passieren? Er soll die vorbereiten Klein Hat er die Zwiebel geschält? Er soll die schälen Also die Knoblauchzehen schälen Und die Zwiebeln schälen auch Das macht schon Sinn Und dann würfeln Aber hat er die Möhrchen schon fertig? Was war das denn? Ich bin hier so ein bisschen Man hört, dass sie Spaß haben Kannst du mal ihnen checken lassen, wie die Fleischbällchen sind? Ich habe so ein bisschen Angst davor Danke für nichts, Oli So Er drocht schon so ein bisschen angebrannt Kleine Würfel Was passiert eigentlich als nächstes mit den Mit den Karotten, die dann gestiftelt sind? Die kommen dann in die Pfanne Aber dafür müssen Könnte man sich ja schon mal eine Info einholen Ja Die müssen Ebenfalls anbraten Ja, nee, 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 nee Okay, nein Dämpfen Doch nicht Also wir dämpfen hier Gemüse In der gleichen Pfanne Mit Tieren Dafür muss Kochen Vorher müssen die Die Fleischbällchen da raus Die müssen schon fertig sein Ach du Scheiße Naja, komm Jetzt ist der Man wirft die einfach da rein Hä? Jetzt doch anbraten Wie kommen wir denn von dämpfen Zu anbraten? Naja, einfach nicht so doll Okay Aber anbraten und dämpfen Sind wirklich echt unterschiedliche Vorgänge Mein ja nur Wir werden die Wir werden die Milch schwitzen Werden wir die Ja, 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 ja Das ist Das ist Das ist Sieht doch gut aus Guck doch mal Wenn die 13 Dinger fertig sind Müssen die beiseite rausgepackt werden Aber er braucht die Pfanne noch Die wird für den Rest wieder verwendet Ja Die Bällchen Braten Raus Aber die sind noch nicht durch Ne, wenn sie durch sind Trotzdem raus Nein, um Gottes willen Erst wenn sie durch sind raus Oh Gott Uh Jetzt Wie weit ist denn er mit den Mit der Zwiebel Dem Knoblauch Geht so Okay Ich finde auch gut Dass ich an deiner Körperbewegung merke Was zu sagen Er soll halt Ich dachte Er ist ein bisschen schneller Mit dem Schneiden Also bin ich ehrlich Ich dachte Er macht so Dicker Mach halt mit Du faule Sau Pass auf Du bist gerade für ein Okay Ich werde vorsichtig Okay Warte Geh mal hier hin Ich arbeite hier gerade am Limit Alter Jeder einzelne davon könnte mich umbringen Kleiner Das stimmt Das ist ja wahr Ich denke ich soll die stifteln Ja er soll die stifteln Was heißt kleiner Wieso denn kleiner Achso Du meinst Okay Ich habe vergessen Der kann ja wirklich Der kann ja daran sterben Na das ist gefährlich Oh jetzt ist hier auch noch die Komponente Ja Ja die können noch Kommen alle heil hier raus Wird Olli abgestochen werden Wird Flo an der Karotte sterben Ich komme auf jeden Fall safe raus Ach der Reis Warte mal Du Also wenn er da das Ganze vorbereitet hat Also ich sage nochmal Zwiebel Er hat ihn denn auf drei gestellt Und würfeln Und würfeln Knoblauchzehen Schälen und würfeln Karottenstiftel Wenn das so weit ist Sag mir Bescheid Ja War das jetzt ein Bescheid Oder ich habe dich verstanden Ja das ist schwierig Ich sage Da er noch Schneidebewegungen macht Denke ich Digga Alter Ich weiß nicht was du mir sagen willst Aber die Fleischbällchen riechen schon mal gut Warte wir haben noch Das kommt ganz am Ende Das brauchen wir gleich Ich schieb das schon mal hier so rüber Das kommt später Aber er hat schon Öl verwendet für die Pfanne oder? Ich habe keine Ahnung was du von mir willst gerade Das steht noch an der gleichen Stelle Ja Knoblauch Ja eine Ne drei Lass ihn mal drei machen Drei Ja mehr ist mehr Okay aber Senf Okay das ist gut Wie sehen die Hackbällchen aus? Gut Okay Wir brauchen noch Ne das ist ja gut Jetzt habe ich ein bisschen Angst um den Reis Wie viele von diesen scheiß Karotten brauchen wir denn eigentlich? Ja lass ihn Er ist genug Karotten bestimmt Ich weiß nicht wie viele Aber er ist bestimmt genug Okay Aber es kann auch nicht auf jede meiner Fragen die Antwort sein Ist eigentlich egal Nein Nein ich will nur das in Vorherz geht Irgendwas Dann fick dich mit dem Schneller Willst du mich eigentlich komplett rollen? Das geile ist Olli kriegt den Ärger Obwohl ich das die ganze Zeit sage Dann finde ich irgendwie lustig Zeig ihm mal den Mittelfinger Ja Ja Zwei Fick dich zurück Fick dich zurück Okay Gut Jetzt noch Hier also Knoblauch Drei Drei Knoblauchzehen Klein geschnitten Ihr presst Wie hättest du gerne Gewürfelt auch Auch gewürfelt Wie die Zwiebeln Kannst du ihm nochmal sagen Dass er sich beeilen soll Bitte Kannst du ihm bitte nochmal sagen Dass er sich beeilen soll Ich glaube er muss mal Die Hackfleischbällchen überprüfen Oder Die riechen so Warte kurz Warte kurz Du bist ja Pantomime Also mach mich nach Oh Gott Ich hab so Angst Was ist denn damit Die sind doch super Ist denn so aufgeregt Ein bisschen ziehen die ja noch Minimal ziehen die ja noch Dann in unsere Assur Knoblauch Ja Normalerweise schält er sich quasi von alleine So Einfach um Zeit zu sparen Paul sieht ja nisch Der kriegt das ja gar nicht mit Ich werd den jetzt pressen Aber ich hör ihn Da hat er jetzt nicht nachgedacht Was haben wir denn noch übrig Ich muss nochmal gucken Okay Ja Ist gut Alter Ich hab noch nie so Probleme Mit dem Auswickeln Von diesem Drecksknoblauch Das ist der Schmelzkäse Das ist die Jetzt Juri Bäh Bist du eklig Du weißt doch Ich hasse sowas Du musst es jetzt ablecken Oh Gott Oh Gott Warum hast du denn das mit der Zunge so gemacht Was machen wir denn jetzt mit den Wieso ist denn der Reis fertig Der braucht 30 Minuten laut Anleitung Lass den Reis einfach stehen Der zieht jetzt Wo ist Knoblauchpresse Hier Wieso Presse Ja Achso er presst ihn jetzt wirklich Ja jetzt Scheiß drauf Wie immer Okay Wie bei eigentlich allem Was ich hier mache Mann Mann das ist doch Jetzt den Rest hier in die Pfanne Und die erstmal raus Nee nee die müssen Ja bitte Bitte hol die Fleischkönnelchen raus Ja ich sag mal die sind gut genug Kommen die nachher nochmal in Kontakt mit irgendeiner Soße oder sowas In einem späteren Arbeitsschritt Kommen sie Okay Dann sind die Ausreichend durch Aber die Pfanne kann anbleiben So Was hättest du jetzt gern Alles was ich geschnitten hab hier drin Nee nur Erstmal nur die Möhren Nur die Möhren erstmal Gut Ja Chill mal Hat er nur die Möhren reingemacht? Chill nicht Nicht chillen Hat er alles reingemacht? Warten Warten bis die ein bisschen Okay Okay Also die Möhren ungefähr so drei Minuten Dann Dann kommt Ungefähr so Sagst du ihm das? Kann er das bestätigen? Drei Minuten? Sehr gut Und dann Du hast eine Viertelstunde gezeigt Das war jetzt weird Und dann kommen Die Zwiebeln Und das Knoblauch Kommt zwei Minuten nochmal rein Danach Dazu Das andere Zeug Nach nochmal zwei Minuten Genau Sehr gut Und dann kommt Mehl ran Dann kommt Mehl ran Ich glaube Ich glaube mich so zu erinnern War jetzt eine Sauna an und für sich Ich weiß nicht ob es eine Mehlschwitze ist Das ist einfach nur Da steht dann Mehl dazu Ich habe aber für Mehl echt wenig Flüssigkeit Das ist Pech Aber ist egal Aber ist egal Ist egal Okay Danach 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 kommt der Schmelzkäse rein Und dann stelle ich Dann Und die Sahne Buttern Butter machen Schmelz Nee dann kommt Schmelzkäse Vergorene Milch Ah Paul mag keinen Käse Ah Wir nehmen den Den Frischkäse da Diesen Streichkäse Schmelzkäse Nee Moment Du wüsstest wie absurd gut Du zu der Musik gerade passt Nee 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 Weißt du was gerade läuft Stopp Kommando zurück Kommando zurück Kommando zurück Ich habe einen Fehler Ich habe die Rinderbrühe vergessen Okay nein Alles nein War absoluter Schwachsinn Okay alles zurück Mehl Also Mehl Und dann kommen 200 Milliliter Rinderbrühe Mit Mehl Und dann Rinderfond halt Zweimal klopfen Gucken ob jemand zu Hause Äh Ein Bulle Er soll mal gucken was er da hat Und was er mit Bulle Bullensperma Assoziiert Also ich glaube die Zeit ist jetzt inzwischen auch Die sind auch schon länger als drei Minuten bestimmt drin Geht es um Sahne Geht es um Schlagsahne Auch Auch Sahne und Rinderfond kommen dann rein Jeweils 200 Oh Gott geht es um den fucking Rinderfond Ah lol ich habe den vergessen Okay also wir löschen das alles dann erstmal mit Rinderfond ab Ja aber Sag das doch Nach dem Mehl Er muss jetzt Also Mehl muss erstmal ran Und kannst du mir mal eins Zitterahle Achso Mehl Und dann Mehl rinnen Mehl davor Rinderfond 200 Milliliter Sahne 200 Milliliter Ich hätte jetzt gerne Fleischbällchen Ich muss das mal kosten Das steht so im Rezept Ja Ja Danke Sehr lecker Sehr gut geworden Sehr schön So Ja 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 Okay Oh danke Jetzt ab jetzt Ab jetzt ist geil auch in der Küche Nom 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 Ja sobald Knoblauch in die Pfanne kommt ist immer Leben besser Ist aber schon auch viel ne Jungs Weiß ich nicht Weiß ich nicht drüber oder Mann ist der Helikoptersong auch lang Kopter Helikopter Ich weiß nicht mal wie groß die Möhren waren Schön lecker 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 Du aber das ist doch jetzt länger als 5 Minuten mit dem Gemüse schon beschäftigt oder Er soll jetzt mal Mehl machen Und dann Bisschen anschwitzen mit dem Mehl Und dann soll Mehl Jetzt Rein jetzt In diesem Arbeitsschritt Jetzt Mehl Ja einfach geben So ein bisschen drüber Nur ein bisschen Naja halt schon so Loll ich hab nur Vogelgezwitscher Er soll es halt schneiden lassen Ich will es auch nicht Halt so So einmal über alles Ich würde halt so Guck mal Olli So machen Einmal so Oh riecht auch gut jetzt Kommt es bei mir auch an Ich weiß die Menge nicht mehr Mehr Ja einfach Mehr Ja wieso nicht Und wenn das gut mit Mehl ist Dann kommt hier 200 Also du kannst ihm Pass auf wir machen es einfacher Stopp mit Mehl Ich finde dich schon weird Wir machen es einfacher Er soll die ganze Sahne Und den halben Rinderfond machen Die ganze Sahne Die da Ja Ganz Andere Sahne Oh das kommt ja auch noch Oh ja Die hab ich vergessen Okay Was das für ein Text Alter Dann hiervon nur die Hälfte Olli Die Hälfte Oh weird Ja 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 Die Hälfte Der Fond Ich glaube wir hätten den Fond zuerst machen sollen Aber egal Fick dich Wenn du mir jetzt wieder mit dem scheiß Daumen kommst Was willst du mit dem Daumen Ein Finger Ein halber Finger Zeig ihr Hälfte Die Hälfte Ja Wow Ja die Hälfte von dem Rinderfond Ich dachte ihr seid schon vorbei Nehmt den Fond da auf wo er passiert ey Wow Seid ihr nicht schon vorbei Die Hälfte Die Hälfte 200 Milliliter Okay Ist unmöglich zu schätzen bei dem Glas Haben wir Ja Dann ein bisschen umrühren So schön Köchelt auch Ja Rühren Okay Interessante Soße Dann den Schmelzkäse rein jetzt Wahrscheinlich einfach komplett Komm mach mal hier Mach mal Action Wann kommt ihr eigentlich Käse Einfach rein da Okay So Äh Wie viel Ja Gib ihm alles Wie viel ist denn da drüben Ach scheiße Ja alles Bis jetzt spät Ich hasse euch Alles Sag ihm einfach alles Ich hasse euch auf nem Level Das ihr euch nicht vorstellen könnt Ich hatte sieben Minuten Ich weiß nicht ob ihr musikalisch Jemals so was angetan wurde Achso Wie das Oh Der Song der grad läuft Ist auch für euch Und zwar Wort für Wort Ich wisch hier ein bisschen Was soll ich machen Alles Den Da rein Ja Wie viel Alles Let's go Und dann so lange rühren Bis keine Klümpchen mehr drin sind Ne Ist wichtig Sag's ihm das Okay Okay Das ist jetzt textlich Jetzt nicht mehr unbedingt für euch Ist jetzt mehr für Olli Olli Ich brauch einen kleinen Teller bitte Für mich dann Also wenn du da fertig bist Schneller rühren Ja 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 Äh Einen kleinen Teller hätte ich gerne Und ich möchte Dass du mir Ne Du kannst ihn ruhig in der Hand behalten Ich möchte Dass du mir Vier Fleischbällchen Rettest Also vier rausholen Für mich einfach Das ist kein Fleischbällchen Ich hätte gerne vier Fleischbällchen Boah ist das ein Drecksong Ist das scheiße Das ist eine gute Karotte Geil Danke Ich hab doch noch Wenn da Alter Sag mal Könnt ihr mal aufhören Die ganzen Fleischbällchen wegzufressen Wenn da keine Klümpchen mehr sind Das geht ab Wenn das gut ist Dann Wie viele fehlen da mittlerweile Fünf fehlen Da fehlen fünf Stück Ja Mach ich euch gesagt Sind die nicht mehr ins Knusper Nein die müssen gerettet werden So Wenn das Wenn das gut verrührt ist Soll er alle Fleischbällchen da rein tun Ja Und Ja rund Die Bällchen wieder rinnen Okay warte Gleich Und Lass mich die Soße noch ein bisschen abbinden Nur ein bisschen Und 150 Gramm von den Erbsen Ja Schaffste Ich glaube dann haben wir Nee Moment Stimmt Euch hab ich noch vergessen Ah Danke Karotte einfach lecker Ja Ihr da draußen Irgendwas Sagt ihr eigentlich Möhrchen Oder Karotte Also Möhren oder Karotte Dazu Gut Ich lass mir nachher sagen Was ihr gesagt habt Eine Fünf 150 Ah Stark Gut Aber die wieder rinnen jetzt erstmal Okay Und die Erbsen auch Das ist wichtig Die sind nämlich kalt Ich glaube die sind sogar gefroren Die müssen dann noch ein bisschen Und dann Äh hier Äh hier Da kann er 350 Warnet mal 380 384 Sind noch Drinnen Bisschen weniger als die Hälfte also Ne Ist ja mehr 414 Gramm sind noch drin 1,16 Gramm Moment Was ist los Was passiert Also 450 Gramm sind drin Ein paar sind schon raus Ganz klar 500 und 1 Gramm sind noch drin Easy Weißt du Bescheid Er soll einfach nach Fertig Hier 600 Gramm Großartig So Das ein bisschen so Drinnen lassen jetzt Damit es wieder warm wird Schöne Soße bildet Ja Warm Werden lassen Alles Ja Wir haben sie Vor allen Dingen Weil die waren kalt Ja Ich wusste auch nicht Ich wusste auch nicht Ob es gefrorene Erbsen Hätten sein sollen Aber Wissen wir Bescheid Jetzt hier können wir Alet nochmal ein bisschen Was ist das Heißt übrigens Irgendwas Wikinger Bällchen Ist doch schon wieder Irgendso ein Mit Verlaub Mit Verlaub Ist doch schon wieder So ein Ostgericht Von Liz Ganz ehrlich Wisst du wen Wisst du wen Liz Damit immer abholt Gleich spawnt irgendwo Chung Wenn Chung Irgendwo so Eine ostigen Gerichte Riecht Ist der sofort Am Start Chung Alter Ostgerichte Fast so lieb Wie Fernostgerichte Ganz wundervoll Olli Schön dass du dich So kümmerst Da ist was runtergefallen Dann ist eigentlich Achso er soll jetzt nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken bitte Hast du Okay Würzen Abschmecken Abschmecken vermutlich auch mal zwischendurch ausnahmsweise Machen wir das doch mal Das war wirklich der letzte Punkt Vorletzte Vorvorletzte Ja weiß ich nicht Stimmt nicht ganz Ich bin ein bisschen Das ist nur zum Verzieren Das soll er klein haben Wenn er mit allem fertig ist Und so ein bisschen Reward Weißt du Gott warum ist der denn schon wieder so laut Kann mich gar nicht Oh Gott war das ein Held Alter der Typ Kann mich gar nicht richtig mit dir unterhalten Olli Ja das ist hart Also das hier Fein hacken Ja Und am Ende Zur Garnitur verwenden Also entspannt I play Pokemon Go Every day I play Pokemon Go Das ist genau mein Mein Spirit grad Bis Sonntag Hier ist niemand Na hier mal ein bisschen Die Temperatur runterdrehen Wie ist eigentlich der Status vom Reis Ticken Salz Und auch da ran Hä Der Reis Was ist mit dem Kommt der da rein Nein 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 Das ist nur die Frage Ob der gut ist Der ist fertig Okay der ist durch Alles klar Danke Oh ein bisschen Alarmstufe Rauch noch Was ist das für ein Song Was ist das für ein Song Oh Gott Hab ich nicht kommen sehen Bin ich ehrlich Was Ich höre nichts Der ist Premium I have an Apple Pineapple Pan I have a pineapple Also das nur zum Garnieren Das kommt da nicht rein Ja Nicht da rein In den Reis rein In die Pfanne rein Nein Nur zum Garnieren Oh Okay Geil Wie hast du ihm das vermittelt Oder es gab nur die drei Optionen Das ist extrem unangenehm Ja Hä Das ist doch noch Das ist doch noch genauso dick wie vorher oder nicht Unterschiedlich groß Okay es ist alles gut Es wird bestimmt toll sein Ähm Oh Also wenn Wenn er denkt Dass die Soße durch ist Dann kann er anrichten Ja Ja Aber Ich möchte bitte Wow Ein klein Löffel Soße zum probieren bekommen Ein winzig klein Löffel Also wirklich so eine Löffelspitze Nur von der Soße Da von Heike Kostet Der hier ist Für so Du bist hier Herr Vermittler Das geht nicht Das geht nicht Ja Mami Shark Mami Shark Okay erstens ist es heiß Wer hätte das gedacht Daddy Shark Daddy Shark Das ist sehr lecker Daddy Shark Okay wir hätten die doch nicht retten müssen Ich kann die Soße auch essen Grandma Shark Olli Grandma Shark Du kannst Olli du kannst die dazu packen Wieder Soße fällt mir Von der Konsistenz her Riss damit Ja Wo kommen die denn jetzt her Hä Die können da einfach wieder rein Ein bisschen verrührt werden Die ist top Ist top Ist eine sehr leckere Soße geworden Sehr lecker Wie schlimm wird denn dieser Song Ich hatte Angst vor dem Vor dem Schmelzkäse Muss ich gestehen Ich hab das letztens Ich hab das im Urlaub Sind wir an so einem Spielkinderparadies Vorbeigefahren Da lief dieser Song Und ich dachte Alter nur Da kann ich nicht hingehen Man stirbt Und meine Meine Tochter Kennt das Lied nicht Okay Aber blieb gebannt stehen Und hörte zu Kann man wahrscheinlich essen Ja Könnt ja auch zur Abwechslung Mal den Reis kosten Reis unten Soße Fleischbällchen drauf Was haben wir jetzt Wir haben 12 Ja Ich glaube das ist nach wie vor Nicht okay Ja Ja Hinlegen Das was in der Pfanne ist Drüberlegen Sehr gut Mit ein bisschen Druck Und dann hier mit dem Schönen Zeug garnieren Aber der Reis muss Der Reis muss auch Ja sagen dazu Denn ihr müsst wissen Nein heißt zwar nein Aber viel wichtiger ist Nur ja Heißt ja Das stimmt Ey Hat er recht Ja ja ist mir schon klar Das war sehr Aber nicht mit Salz Sondern mit dem Grünzeug All righty In eine Schüssel Das war sehr Ganz ehrlich Ich bin Props an Flo gerade Haben wir mittlerweile eigentlich Unsere äh Kelle wieder erfunden Könnten wir jetzt eigentlich Aufhören Oder Hat mal eine Kelle Aber die ist weg Ja Nur zur Info Wir haben nicht eine Kelle mehr Wenn angerichtet Ah Was super nervt Wieso haben wir keine Kelle Wir haben keine Wir haben nicht eine Kelle mehr Das kann doch gar nicht sein Hier eine Kelle Nee 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 Hä Ja Macht keinen Sinn Dass ich was suche Ey Ich glaube das ist richtig lecker geworden Angst Ich spüre Ach ich mach einfach drei Fertig Achso genau Zwölf Wir sind sie Olli Fällt dir an deinem Plan Eine Sache auf Wie spät ist es Olli Okay Okay Domo Wie spät ist es Olli muss mir das ja nicht sagen Geht jetzt nur da 15 Uhr Ist okay Ist okay Da ist der Ofen 15 15 Oder 36 Ne es ist dann eh kalt Er hat Sechs Wir haben zwölf Das heißt jeder kriegt nur zwei Fleischbällchen Ne Moment Doch wir sind sechs Leute Also nur zwei Fleischbällchen pro hier Anrichtung Zwei Personen Körper Frauen Bällchen Zwei Zwei pro Person Sehr gut Und ich wollte mir eben vier safen Ja das war ich auch schon ein Arsch Muss man sagen Aber er muss auch noch hier garnieren Also ich weiß du hast ihm das schon gesagt Erstmal koste Portionen hier So Ich glaube das wird lecker Ich habe ein gutes Gefühl Und der Fluffy Was Pink Fluffy Unicorn Fucking Fluffy Er ist wieder in den Liedern drin Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows Wir haben noch nicht mal Halbzeit ne Dancing on Rainbows Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows Der Text ist echt gut Danke Alter Wie voll machst du die eigentlich immer? I'm a banana I'm a banana I'm a banana Oh Gott, wie? No Banana Power Banana Power Ich hab dich den ganzen Tag gefragt, wo die guten Songs bleiben Da sind sie Banana Power Banana Power Ja Darf ich wieder hören? Lass uns das doch kosten einfach mitgucken Wo ist die dritte? Ja, meine Portion ohne Möhren Tada Damit sind wir erlöst? Ja Ah, wir sind zurück, Freunde Kannst du mir meine Brille geben? Oh, Digga, war das laut Alter, du hast gebrüllt die ganze Zeit Wie so ein Vollkopf Ich kann wieder reden Ja Wuh Wuh, war lustig Das war meins Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay Okay Okay, es ist angerichtet Wir können probieren, was wir da gemacht haben Ich nehme an, die ohne Moorrüben ist Flo Was ist das? Das hieß Wikinger Ich hab's vergessen Wikinger Warte Wikinger Es heißt Wikinger Es heißt Wikinger-Tropf Aber ich muss mal sagen Wir haben uns gut geschlagen, finde ich Ey, ich muss mal kurz gucken Das mit dem Daumen hat mich Check, was sagt ihr? Haben wir uns gut geschlagen? Das mit dem Daumen hat mich aggressiv gemacht irgendwann Hier, es ist Mehl über das Gemüse geben Ja, okay Wild Okay Mit Brühe und Sahne ablöschen Ich hab mir das richtig gemerkt Krass Könnte Leute finden, das ist richtig gut Ah Digga Mir ist so warm geworden Der Banana Power Song, den brauche ich Der ist ja so gut War sehr nice Wer hat Musik mit gehört? Und bis zum Ende durchgehalten So, wir kosten mal Oh, das ist sehr lecker Gute Knoblauchnote Sehr lecker Sehr lecker Ja, also Ich sag mal In den Fleischbällchen fehlt irgendwie schon mal Auch mal so ein bisschen Ei oder so Aber bis Warte Ich muss mal ganz kurz gucken Hackfleisch mit 1,5 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Pfeffer Paprikapul, Knurren und Senf Vermischen Ja, man kann das Rezept einfach ein bisschen verbessern Also mach da mal noch zwei Eier ran Nee, aber ich wollte Weil du hast das so oft betont Mit den Eiern Also ich würde da ja noch Eier ran machen Die Leute sagen, die richtig guten Lieder wären erst noch gekommen Aber Freunde, die Playlist existiert jetzt Wir werden sie auch weiter nutzen Sehr, sehr lecker Also Es ist ja auch das geworden, was es sein sollte Ich hab wirklich gehofft, dass mal irgendwie so ein Digimon Song oder so kommt Aber es kam ja wirklich nur Scheiße Es geht dabei auch schon so ein bisschen um cerebrale Zerstörung Ich bin sehr zufrieden